Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Oh, wir stehen hier gerade insomniere nach der Schlacht vom letzten Mal, wo ein harmloses Dorf einfach niedergebrannt wurde. Wir haben zwei Embleme zurückbekommen zumindest und ich kann endlich mal das Wahrsagen hier ausprobieren. Und deswegen stehe ich ja auch gerade hier. Einmal mal gucken. Wahrsagen habe ich noch nie genutzt. Okay. Denkt an Goldmär. Ich soll mit Goldmär wieder mal reden. Wenn ich jetzt Goldmär wieder auswähle? Ich sehe, nicht so schlecht. Whose Fortun soll ich sagen? Okay, das ist das offenbar. Da sitzt der Goldmär. Ich soll mal mit dir reden. Äh, hier, ein hübscher Kiesel. Okay, äh, was sagen? Irgendwie komplett sinnfrei. Okay, gut, dass wir das jetzt wissen. Gehe ich mal eben kurz zur Karte zurück. So, Leute. Hier auf der Karte haben sich drei Dinge, äh, aufgetan beim letzten Mal, beziehungsweise nach dem letzten Mal. Ich war schon einmal auf der Karte. Hier ist Kapitel 18, Route nach Illusia. Hier unten hat sich ein Nebenkapitel aufgetan, über alle Brücken. Ich werde natürlich die Nebenquesten als nächstes machen. Und da ganz oben hat sich auch noch eine Quest aufgetan, da muss ich aber erstmal hinlatschen. Fluss des Zwielichts. Ich würde es einfach sagen, fangen wir hiermit mal an. Ach ja, im Übrigen, äh, natürlich kriegt ihr noch Bandgespräche, beziehungsweise Unterstützungsgespräche. Über mir ist wie immer ein Zeitstempel, wenn ihr die überspringen wollt. Und wir sehen uns dann gleich bei der Nebenquest wieder. Ja. Stylisch clothes for you and me, it's like furniture for your body. That's a fun song, Princess Tamara. That's cause I'm having fun. It's exciting to pick out someone else's clothes for a change. Got yours ready to go? Yep, I'm all set. Me too. Okay, without any further ado, show me what you picked out. Brace yourself. I selected just for you. This cute frilly dress. Ah, I love it. I knew you would. Come on and feel this fabric. It's nice and thick. Oh, uh, it is? Yep. All your clothes are so light. I figured you might like something a little warmer. How, uh, thoughtful of you. What is it? Huh? Oh, sorry. I love it, Fram. Now, ready to see what I chose for you? Ta-da! It's a scarlet robe! It's so cute! Yeah? I added some flashy accessories to make that distinctive dye in the robe really pop. I love it. This is exactly my color. It looks nice and breathable, too. Right? I thought something nice and lightweight would suit you. Wait. Oh, shoot. What's wrong? I just remembered a thing I gotta get to. Princess business. You know how it is. Sorry, Fram. I'll make it up to you. I promise. Huh. That was sudden. Something seemed kind of off there. Maybe she didn't like the dress I picked out. Here we are, Fram. This is the perfect spot for apple picking. Ooh. It's pretty. Kind of a long hike just to get some fruit to cook with, don't you think? Ooh. The best food requires the best ingredients. Gathering them takes effort. Just getting here was a serious workout. Cooking is no joke. I can't wait to relax in a nice warm bath after I get home. Uh, Goldemary? What are you doing? What's the matter? Why are you taking your clothes off? Put them back on this instant. There's a lovely spring right here. I thought I would take a quick dip. A little warning would have been nice. Warning? For what? I was only going to rinse off. You said yourself you were looking forward to a bath after that long hike. Um, sure. But I was planning on doing that when I got home. You're really comfortable enough to just take a bath out in the ocean. Yes, it seems normal to me. But that's probably because I grew up in a village with hot springs. I always thought you seemed pretty shy, but it looks like I was totally wrong. I guess that's what I get for judging by appearances, huh? Hello, Boucheron. I hope you don't mind that I made lunch for you. Oh, really? Oh, just for me, huh? Just for you. The main course is chicken on skewers with roasted vegetables. The sides include a small omelet, some lightly toasted bread, and fresh fruit for a treat. Oh, this is incredible. Not only does it smell great, the presentation is practically professional. I'm sorry if it looks too perfect. Disturbing it must feel like upsetting the world's balance. But I hope you can find the courage. I made it especially for you, after all. Don't worry. I'm about to dig in right now. Oh, it tastes as good as it smells. This might be one of the most delicious meals I've ever had. I'm sorry, but... Is that really all you have to say? Come again? It seems like I deserve a bit more praise than that. And could you speak up, please? You want more compliments? What else is there to say? What else is there to say? I'm sorry, but I don't know how to answer such a dim-witted question. This got spicy all of a sudden. There are infinite ways to complement perfection. You barely gave me one. Surely you can think of at least a few more. You know, Goldmary? I'm starting to get the idea that you're a little bit demanding. What am I gonna do? About what, Prince Fogato? Oh, hey, Lapis. You know I'm in charge of the Sentinels, yeah? We've got a real thorn in our side. A group of rogues making trouble by an oasis in Solm. They're a slippery bunch. Even with our numbers, we can't stamp them out. Have you considered making a device that will get rid of the rogues for you? You know, something that can drive them off without you having to lift a finger. Hmm. Not a bad idea. But I don't know anyone who could make something like that. Me, of course. You? I'm pretty crafty. Ever since I was young, I've been able to make everything I needed. So, yeah. I bet I could whip something up. All right. Let's give it a whirl. Tell me if you need any materials. See if you can find any trash or tree branches lying around. That ought to do it. What? Really? Yeah. The sooner you get that stuff, the sooner those rogues will be out of your hair. Um, all right. I'll go trawling for anything that looks useful then. Me? Desperate? No, I'm just trying to solve my problems with a big pile of trash. I'll go trawling for a big pile of trash. I'll go trawling for a big pile of trash. Heather, you like tea, don't you? Indeed I do. Being royals of Solm and Firinay, I think it's important we get to know each other. Talk about different values and whatnot. Could be beneficial for both of us. Spoken like the prince of a nation obsessed with trade. Nothing wrong with a little give and take. Forgive me, but I must decline for now. The Firinay's lifestyle is more pastoral. We lack your taste for intrigue and risk. You make tea with me sound like some kind of big adventure. Quite a dangerous one, yes. Good day, Prince Fogado. And just like that, she's gone. Guess this will take some doing. Then again, what did I expect? She is from Firinay. Hey, Unaka. I'm headed to a party right now. You want to come alone? Party? Why? Ah, not feeling it, huh? You're always in such high spirits. I thought you'd be game. But hey, no worries. I'll see you when I have some other business. Take care. He came at me so fast, I forgot to put my act on. I better fix this. I better fix this fast. He'll expose the real me if I don't. Hey, Fogado! What's that? Zappy! I was totally yanking your bowstring. I love raucous carousing in enclosed spaces. Are you sure you're not forcing yourself? Don't be ridiculous. Parties are fun. I love fun. Take me to the parties. Every single one. All of them. Ah, so I had you pegged right. Good. Knew we'd get along. In that case, come on. Let's head to the party. Play hard or don't play at all, am I right? Dang right! Hey, miss. Are you out here by yourself? There's Prince Fogado. Talking to some lady. Hitting on her, too, by the look of it. Some prince? I'm gonna put a stop to this. You were helping her carry stuff? That's it? Yeah, of course. Why did you get so angry? I'm sorry. I didn't think you were actually helping people out here. I told you that I patrol around town. That's what I do on patrol. Help people. I guess I'm sorry for doubting you. Nah, that's all right. I'm used to it. Ah, if that's the case, I suppose I'll join you. Really? Great. What time will you join me for tea, then? Join you in helping people, doofus. Oh, if that's what you meant. All right, then. I look forward to it. Picture perfect, Hortensia. Huh? What did you say? Look, I drew your picture. I can draw real fast. It's my not-so-hidden talent. See? It's practically a mirror. And look how beautiful you are. Seriously? I'm staring off into the distance. I look boring. Here, do it again. I'll pose for it properly this time. I like this one, though. Are you joking? It's awful. The expression doesn't express me at all. Here, this is my good side. Draw me again. Nah, your first expression's better. This is an order from your princess. Fine, fine. Make the face again. Done. Is this what you wanted? Perfect. Be sure to throw that other one away. We can't let future generations think I was some boring girl always staring off at nothing. There's nothing boring about you. Indulge me. Would you rather treat someone as a big sister or be treated as such? I'd feel a bit uncomfortable being treated that way. But it would be nice to have a sister figure. There's something unnatural about this place. You feel it as well? I've no explanation for it. Yet this place bears a great resemblance to Chalfi. Chalfi? I've never heard of it. Is it somewhere in your world? Correct. It is my homeland. I had once thought to lead a quiet life there in Chalfi. Alongside my wife, Dairdra. What happened? Dairdra was kidnapped by followers of a dark faith. Her life was twisted to their desires. She was to aid in the resurrection of a dark god. Heralding a new age of terror and destruction. What? That's awful. Ah. Yet there was still light. Still hope for our future. How so? I believe I shall share that part of the tale with you following the trial. Take up your weapon. For I am the trial that you shall face. Overcome this trial and our bond will grow. My power will become yours. And we have to fight in this place, that is like your homeland. There is significance to that. Correct. Now earn it. Show me that your skills are sufficient to surpass my own. I'll take you down, Sigurd. I'm giving this everything I have. Okay, Leute. Ich habe meine Truppen jetzt angepasst. Und das wird, glaube ich, eine sehr unangenehme Schlacht. Weil ich sehe fast nur Magier auf der Karte. Wirklich mehr als die Hälfte von denen sind alles Magier. Vor allem hier oben. Guckt euch das mal an. Komplettes Magiergebiet. Abgesehen von Sigurd. Das wird schrecklich. Die Trial ist so. Find your way to me and claim victory. Okay. Wahrscheinlich einfach das da einnehmen, ne? Ich habe übrigens mal unsere gepanzerten Ritter weggenommen, weil hier nur Magier sind. Und die würden hier einfach nur drauf gehen. So. Dich machen wir als allererstes kaputt. Du gehst runter. Wer ist nächstes? Ich werde nicht vergessen, dass du deine Laufstunde verletzt. Unser Ultimative, die... Die kriegt einfach niemanden down. Ich sage, ich sehe nur Magier. Aus. Ich wollte schon sagen, ich wäre böse geworden jetzt, wenn Céline nicht ausgewichen wäre. War das zu viel? Ich könnte es aber auch nicht lassen, ne? Ey. Schmecken die eigentlich Tomahawks? Scheinbar nicht. Oder vielleicht war es einfach der falsche Tomahawk. Der Tomahawk hat wohl besser geschmeckt. So, weg mit dem nächsten Magier. Das ist legit eine einzige Magieschlacht. Oh, göttlicher Puls plus. So. Der kriegt jetzt eine Abreibung. Ich dachte kurz, es liegt am Bolgernon, dass ich keine doppelten Treffer mehr habe. So. Viel mehr konnte ich nicht tun. Hör doch mit der Faktur auf. Ich finde es immer schön, wenn die sich selber umbringen. Ich bin so in der Situation, denke ich mir wenigstens überhaupt schade als gar keinen. Das ist doch eh nicht. So, RIP. Kann ich irgendwie da hinten abschießen? Ja, ich mach mal einen da hinten fertig. Oh, dann drück mal das nächste Bündnis. Elam, endgit! Reißendes Gebrüll auf euch beide. Ich habe meine Wahl gemacht. Oh, die sind gut. Der war 26. Hat er schon. Ich kann die Bündnisse hier halt jetzt gerade an der Stelle gut raushauen. Da oben sind richtig viele von diesen Bündnisflecken. Ich bin hier. Das sollte es tun. Jetzt! Ich winne diesen. Ich bin nicht mehr ein Kind. 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 ich habe da unten mal ex fähigkeit aktiviert 37 prozent und treffen was nur schaden durch den koop schlag gemacht was für ein witz meteor aua ich kann ich das von dir haben richtig geil schön euch gekannt zu haben nicht meine axt kraft wurde gerade noch mal verbessert wie man schnitter durch dein gesicht ziehen ich hab gleich schon maximales level so vierfach treffer einfach nur damit er sein leben einmal verliert so ein leben ist er schon mal los der sollte auch ripp sein einer für alle und einer für einen er ist auch dort die leben hier nicht sonderlich lang in doppelden bei schon dem verstehe ich das öfter nicht ne mal aktiviert er sich und mal nicht ich habe meinen tomorock schon bereit mache ich deine viel damit mein zimmer macht wesentlich mehr ok ich habe gehört du wirst jetzt sterben zwillingsschlag und die brücke bewegt sich nicht die brücke das restrieren ein treibend du willst einen kumpel meint er her folgen ach ich liebe vehement 15 mula gier bewegt sich die treppe nicht also die brücke ihre starke magie aber die bewegen sich nicht so ich hab da auch mal die docket impelgänger beschworene macht auch eh keinen damage oder kommen neue gegner weiter das nenne ich meine armee du merkst du dir mein deutsch angucken der ist wunderschön vor allen dingen wenn er in deinem gesicht steckt ich hoffe mal dass die da oben alle zu uns runter kommen oder sie geht bewegt sich der rest bleibt irgendwie oben feuer frei so die zeige ich auch mal meinen deutsch okay der drückt selbst mir ordentlich damit der touren typ das gute ist ja dass er sich nicht bewegt los 5 17 plus 5 umstand also 5 ok die wollen mich du hast nicht getroffen das ist sehr schön so der toren typ stirbt jetzt ich finde es interessant dass die hier unten sich kein stück bewegen so verreckt verlieren leben der lässt sich aber auch nicht treffen so ein leben weg länder klassen fähigkeiten wohnt in der kampf kann so verlausten als ob der gegner verteidigen 10 minus 50 prozent erlitten hätte okay klingt sehr geil ich muss bedenken dass sigurd überreiten hat ich darf keinen hintereinander stehen haben wir sollten in der richtung nicht überreiten können warte mal da fällt mir mal ein eisendes gebrüll da kann er sich nicht bewegen okay bei ihm scheint das nicht zu wirken so ich habe selene jetzt auch mal hier runter bewegt maximal angriffe auf ihn er gibt geld wenn ich ihn platt mache ich finde es schön dass ein ganzer trupp von da oben nicht einmal ansatzweise runterkommt dort ist doch eh nicht noch mal ein bisschen mehr geschwindigkeit so ich versuche sein leben so gut es geht ja im voraus runter zu kloppen ne so ich werfe dir mal ein deutsch entgegen ich könnte es beenden und ich versuche es auch und wenn ich den typen da unten habe ich jetzt nicht mehr für dich genauso die armee da oben musste ich ja auch nicht wenn ich sie verabschiede du hast die trial mit einem hervorragenden hervorragenden ich habe es nicht alleine alle haben wir diese victorien zusammen zusammen korrekt Freunde, Freunden, Familie, Familie jemand mit denen du verbunden hast wird dir die Kraft jetzt ist der Moment der Wahrheit Do you wish to avenge the death of your mother, Lumera? I... When I lost her, I was sad. And angry. I thought I could never forgive the one who took her life. But you asked me if I'd want revenge. And I don't know anymore. I lost many friends, even family, in battle. And yet I find I bear no grudges. I know well the meaning of grief. As well, I know there is no single truth. I entrusted this knowledge to my son, Seliph. I hoped that it might guide his future. Your son? You and Deirdre, as you mean. Indeed. Now listen well. You carry a proud and noble conviction in your heart. Knowing grief, justice, and truth are subjective, are you still able to fight with conviction? Of course. This war will end. And then, I will see to it, that the world remains at peace. A perfect answer, my friend. And the one I was hoping to hear. So, until the fighting is done and gone, I shall be by your side, watching over you. So, und damit haben wir hier die Schlacht erledigt. Good work. Danke sehr gut. Danke für diese wunderbar, nette, friedliche Schlacht. War überhaupt nicht anstrengend. Mit den ganzen Magiern. Dann merke ich, was für den Unterschied das macht, wenn ich meine Generäle nicht dabei habe. Aber ich hatte hier eigentlich auch keine andere Wahl, weil, hätte ich die mitgenommen, die hätten kein Land gesehen gegen die Magier. Weil jeder mit Feuermagie kann denen mit den Rüstungen richtig viel Schaden drücken. Die werden da so hart umgekommen. Na gut, Leute. Ich hoffe, ihr dann jetzt für heute, dass ihr Spaß mit dem Video hattet. Wenn ja, den nächsten Erb und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.